Machen wir den ersten Boss damit wir hier nicht damit wir da raus können hier das kommt auf die Stelle den ersten Fail des Abends hingelegt? Ja, das hab aus Versehen hier die Machen wir höchstens hier hab aus Versehen hier falsch angemeldet aber ich seh der Healer ist noch gar nicht da oder? macht ja nix Hauptsache der Hexer freut mich hier nochmal schon den ersten Boss damit alles gut da kriegen wir keinen Debuff könnte theoretisch direkt hingehen oder? lange nicht mehr gemacht alle da? Waren gerade links neben dir der Mega Ritter ja das so geht noch gar nicht, okay da musst du noch weiter machen ich hab dir lange nicht mehr gemacht ich verstehe welche Mega Ritter meinst du? äh der bei einem Grad gerade links neben dir gestanden ist ich will das mal hier ausmachen oh Gott ich weiß gar nicht was du meinst vielleicht weil es nur so nah herangesoomt war vielleicht nur weil es so nah herangesoomt war hat es so ausgeschaut also die anderen Spieler neben ihm sahen relativ klein aus er hat so so einen Helm auf gehabt der so drei Zacken nach oben hatte ok ok und das nach 15 Min ja klar man fängt früher mit dem Fels dann kommt nachher keine Fels mehr hey aber die Leertaste ist schon böse dass ihr nicht geht hier ohne Scheiß muss immer so fest drauf drücken ja jo wenn haben wir zwei die anderen ein bisschen geärgert aber mei was willst du machen ich hab keinen Bock dazu warten oder die Innie zu machen ist eh nervig die Innie mit der blöden Mauer da ja ist eh nervig hier mit der Mauer sind die gebacht ok also dann gehen wir dem regulären Programm nach hier YOLO grüß dir Eura schön dass sie da sind dass sie uns hier Gesellschaft leisten ja schon Blut Aura anhaben der anderen da hier der dumme Kopf da Get over here you idiot das ist ja das der Kopf aber geht gut so und zwei passt es schon so ist der Kopf da oben die wiederholt sich eh die ganze Zeit der Typ was haben wir denn hier Stärke habe ich schon den? ich glaub schon nö mit Jackie habe ich noch nicht nö mit Jackie habe ich noch nicht jetzt wird sie hier stehen nö nehme ich mal mit ich weiß doch nicht welche Werte man jetzt braucht hier mit nem neuen Tank aber egal Stärke ist immer gut also Mount mit dem einen Char nope mit dem anderen Char auch nicht geil zweimal nicht zweimal nicht super dann ändern wir das mal schön hier ein Char habt noch leider nicht getroppt jo klar das kenne ich ja mit dem nicht trocken habe ich schon mal erlebt habe ich schon mal erlebt hier so wievielte Versuche ist es jetzt eigentlich alleine bei in diesem Jahr das weiß ich nicht das muss man mal jetzt was wir heute sehen an den Daily Mount Trice am Schluss und das nehmen wir mal 5 oder so oder wie oft ich es schon gemacht habe genau schon mal so am Schluss rauskommen mit der Zahl das nehmen wir glaube ich mal 5 oder mal 6 ich weiß nicht seit wann ich es probiere seit 5 oder 6 Tagen hier ist der Chat wunderbar und hier ist der gut also Jack hier raus Demon Gags raus und dann geht's weiter hier einen schaffst du noch hast du's hast du's auch noch nicht oder gehst du nur so mit weil es gibt ja eigentlich wenige die es nicht haben sag ich mal jo mach ich ich muss nur kurz hier schauen welches das ist das da ist das da das habe ich denn bei dem wenn ich gar nicht mehr gucken mal schauen ich nehme mich ja einfach nochmal mit und fertig geht schneller ich habe zweimal Tanks auch oder was man muss einmal äh wüsste wüssten hier ach das ist auch noch nicht das ist ja böse das ist ja böse das ist ja böse wie lange wie lange spielst du das game schon so wenn du jetzt sagst ja so ein Jahr oder eineinhalb Jahre zwei drei Jahre ist ja so eine Sache dann ist es ja nicht so schlimm äh 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 Gags hab keine EMA bekommen ähm was ist denn EMA EMA bekommen von von habe ich dann noch verpasst was steht da da oben äh weiß nicht um was ging es denn bei der EMAIL oder sollte es gehen ich hab mein Dudelbau immer noch nicht draußen hier wissen wir ach zu classic ok wow ja gut ok stimmt hatten wir doch schon mal gesprochen gell ah aber nur ein paar jährchen gut also dann dann ist ok ist denn die Tropschung von dem Mount wirklich so miserabel oder jetzt schon ich weiß nicht wie es früher war jetzt ist 0,5 also bei vielen Mount so damit man halt die Leute über Laune hält über Jahre also oder was heißt es bei Laune hält aggressiv macht ach so wenn ich streame ja so aber du bist eigentlich rechtzeitig gekommen hey ich hab jetzt eben angefangen hast du das vielleicht zufällig bei dir abgeschaltet in Twitch du kannst es ja bei jedem einzelnen sogar anschalten ob du EMAIL-Notifikation also EMAIL-Benachrichtigung kriegst ist der Heli-Warp da? hier geht in Shift 1 nicht so ist schon CD ok da ist der Kopf jetzt Entwahl nicht wieder ne wird nur um das Mount hier und? nope nicht ja da kommt auch runter zu uns wenn du nicht mehr bist dann steckt dich nicht da oben im ersten Raum einfach mal hallo sagen also du kannst mal bei twitch kannst du umschalten hier bei jedem einzelnen ach du bist der hielder gewesen ja kein wunder dodo dass nichts geklappt hat hier jetzt wohl gedisst hier ja bei mir auch nicht bei mir auch nicht naja aufgeben auch ich meine so bin ich halt jetzt zur bau zurückgekehrt nach einem jahr von daher ist ja egal mit irgendwas muss man ja anfangen auch wenn es mit sinnlosen gefahren hier ist dies ja ist ja in die steiniger ton ausgemacht naja aufgeben du hast ja noch zeit um ja morgen ist der dreißigste 1 1 2 bis 3 mal maximal kommen und dann mit dem Weg der Uhrzeit die Klinik hier ich nicht kommen noch nun tun auch so machen wir machen ich habe mit dem anderen Schaden heute ja noch mal gleich sagst du Bescheid während man das meistens schnell ja und das ist halt jetzt nicht gerade spannend für mich auch nicht aber immerhin wieder ein bisschen bau ein bisschen anfangen irgendwas zu sehen zu machen aber es ist eigentlich noch sehr sehr viel Arbeit hier dass man uns dann zocken kann sag ich mal aber da ich mit Parler anfange ich mit Parler anfange das ist ja alles halb so wild habe ich gesehen der Parler ist ja noch so geblieben hier hier der andere der Papa Black von aus Ambussar hat gespottet hier ja ich lade den gleich ein ich lade den mit dem DPS oder so ein mit dem MMM-Heal kommst hey spannend du hast ja gedroht heute früher zu kommen da ich gar nicht viel früher angefangen habe passt es ja aber ist ja doch früher als gestern Respekt wie geht's wie steht's spannt ihn daraus jetzt geht's los er mit der für machte die ganze Zeit so was ist hier wieder habe ich schon ein fünf jetziger jahre neid Mount du mal einmal dazuzählen mache ich dann gleich alles prima klärchen hab's dir versprochen wunderbar ich lade dich gleich morgens nur wollte nur schnell mit dem nicht tank mit du bist doch viel mit dem oder habe ich das richtig gesehen das du mit dem heral bist nämlich lieber die PS mit oder so wegen in weiter und bei da das auch denkt nur noch längst der nächste warme gut machen wir das halt trotzdem ist erwischt im zum ja alle Tanks hier das wird so jetzt sind wir alle Tanks hier Leute 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 Motherflauer er hat denkt ihr wunderbar mit wie vor die Spieler aber besser die Lücke ach so so pvp-jahr nein so ich schon wieder das gibt's doch gar nicht o ja soll den ganzen dumm hin und verlohn hier wird doch verrückt hier fähig noch zwei ich habe den 1-Belgern für euch drückend werden habe ich gar nicht also kann ich ihn gar nicht drücken was denn hier auf v fehlt mir der naja sie ist ja mit dem ganzen dumm hin und her hier aber aber das geil ist ja schnell zum ersten Boss den killen dann passt es ja und anders schreibt mich an hier Gags ich sehe nichts von lauter hier gespame dass ich meine ganzen Laisen nicht vergeben habe Alter wie schnell sind die denn da hey wow Motherflauer alle verrückt hier aber hey hätte vielleicht irgendwas porno mäßiges trocken können wa das wow mit dem Hust Moment muss ich mir kurz aussuchen was hättest ein porno mäßiges trocken wollen Vivian Schmidt oder wat was ist mit der Vivian was du trocken gewollt hättest achso irgendwas irgendwas geiles 1 4 9 8 hängigen habe ich heute verspreist Prozent werde werde in der Westing das heißt du hast es richtig kippt krachen lassen heute mit einem Gemüse 2 2 1 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5